Hallo und herzlich Willkommen zu... ...to Minecraft... Bin ich kleiner geworden oder bist du einfach nur größer als ich? Ich flieg einfach nur. Achso. Achso. Ich hab schon gerade gerade gewundert. Mein Name ist der Werker. Freund bin ich. Oh Mist, wir sind immer noch der Länge. Oh, die Kohle noch, das noch. Ähm, was schmeckt denn, was ist denn hier? Ich schmeiß den, ich schmeiß nicht da, aber Stargate Core Crystal weg. Nein, um Gottes Willen. Genau, schmeiß mich, warum nicht? Nein. Nein, niemals. Kommst du, kommst du, kommst du, ich schmeiß nicht so. Hä, du hast hier auch noch Sachen. Ja. Ist das wichtige Sachen? Flusslos. Ertränk. Du toter Zombie-Ertränk. Dann nehm ich das Creeper-Herz nehm ich mal mit. Du ziehn dich ruhig. Oh no no. Ja, wir ziehen sowieso um. Jo. Von Witchery-Bücher nehm ich mal mit. Warum nehm ich eigentlich alles? Näh mal auch mal, was du fauler Sack! Später. Später. Ich muss noch Sachen tragen. Alter, verheben. Weißt du, ich trag drei Rucksäcke mit mir rum, vollgepackt mit Zeug. Danke. Du denkst so, ey, das ist irgendwie leicht. Ach, das ist leicht. Ach, das ist leicht. Ach, Kollege. Ich dreh dich, solange bis du nicht mehr zuckst. Ach, und dann. Hast du aber hoffentlich viel Zeit mitgebracht. Nur weil du Creative bist! Ah! Komm du mal aus dein Creative! Okay. Komm her! Wieso? Weil du, weil du vollkommen übertrieben hast. Komm her! Ich meine... Ich meine... Komm her! Lass dich mal kurz erstmal wieder an Land kommen! ja man das ist die kampf arena ich habe gesagt dass ich die kamera mal bis jetzt lasst mich die zu machen die arena zu machen so jetzt können wir macht mir jetzt komme ich habe ich getroffen Was ist da, stopp mal kurz, was ist da grad gebrochen? Meine Schuhe. Meine Schuhe sind im Arsch. Achso. Komm her! Nein, nicht ohne Schuhe! Ich hab'n gewaltigen Schatz, lieber auf jeden Fall, ne Scheiße. Warte. Dann, dann, dann baue ich, dann baue ich mir schnell die Arena fertig. Ich mach das. Wollt' mich eigentlich nicht, ich weiß nicht, ob sie nicht drauf. Jetzt, das gibt's nicht. Machen wir in der nächsten Folge. Aaggut. Lalalalalala. Wenn du Fan bist, sag mir dann Bescheid, wenn du mal Fan bist. Ja, warte. Oh, das wird so schön. Deine ganze Welt wird brennen. Brennen wird sie. Entschuldigung. Ja. Du kannst doch ein bisschen mithelfen. Klar. Mach das Feuer aus. Ich habe keinen Bock auf den Kampfarena. Oh, ich habe keinen Bock wegzufliegen. Ich finde das gut, ich finde das lustig. Außerdem reicht die Höhe schon komplett. Warte. Warte, du Pisser hast dich mit dem Trank gebufft. Nein. Nein, nur mit einem goldenen Apfel. Warte kurz. Hier hast du auch einen. Ich würde so sagen verarschen, ne? Ich würde so sagen verarschen, ne? Ich mache dich zu. Meiner Bitch, Junge. Oh je! Oh je! Jaaaa! Komm her! Was? Was? Jaaaa! 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 Und hier ist ... Schmeiß sie jetzt weg. Zumindest Platz. Neh, ich will erstmal die von der Furcht nach Kapp, damit wir kämpfen können. Ja ne, jetzt lass mal langsam was Produktives tun. Uns alles durch die Fresse hauen ist schön und gut, aber... Alter. Meine Fassung ist schon im Marsch. Da können wir schon etwas mehr machen, oder? Ab in die Arena! Niemals! Wo bist du? Was? Bäh! Was? 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 Äh. Lass mich in Ruhe! Was? Wie scher bist du, Alter? Well. Ich bin fast tot! Was? Du bist fast tot? Wer jetzt angerannt kommt? Alter, meine Rüstung macht auch nicht mal so lange mit, Alter. Wir werden dann eine neue Rüstung machen. Das musst du nachher noch mit epischer Musik unterlegen. So wie Hardrock oder so, ääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää. Nein, mein... Ja, mein... Das... Das mach' ich auch. So mit hart... Aber ich weiß nicht, ob's... Weil ich hab' nur... nur diese... YouTube... äh... Musik. Versuch' mich doch... Ab in die Höhle, Arschloch. Fehl... Fehl' mich doch. Du, ich find' ja auch einfach den Jugo fertig. Ich will was dort, stopp! Du hättest das aber schraute Zeug... Alter, meine Rutschung wird gleich vollkommen im Arsch! Ach du Scheiße! Alter, wie konntest... Wieso hast du so... ...so starke Sachen plötzlich, Alter? Ich hab' immer alles auf... Hart! Ja! Ja! Ja, ein Megafaker weischt! Alter! Alter! Meine Rüst... Meine Brustplatte ist fast im Arsch, ey! Ich hörsch' grad' meine Rüstung! Ich glaub' ich glaub' jetzt wär' ich... ... jetzt wär' ich ein... ... One-Hit-Fall für dich! Du, das können wir... ... ausfinden! Ich hab' ne Quader... Ich hab' ne Quader... ... ne Quader... ... ne Quader im Eventory, lass' es... ... lass' es gut sein! Ja klar! Spürst du die Angst? Nicht wirklich, nein! Mh... 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 Wusstest schon immer, dass du von anderem anfangen hast, dass du in irgendeiner Form irgendwie kaputt bist? Ich hoffe, du bist jetzt unversichert. Aber ich find' total dämlich... Warum? Ach ne, ich würd' dich grad töten. Das ist für'n Arsch, wenn ich so nahe bei einer Lavaquelle stehe und dein Schwerd mit Feuer verzaubert ist. Stimmt, warte mal kurz, ich muss dir kurz Hallo sagen. Scheiße, was? Was? Warte! Ist jetzt gut, verdammt! Wieso hast du so starke Sachen? Was? Aua! Aua! Mh... Naja... Gravitität darf hier nicht herrschen... Ey... Okay... Gucken... Gucken, wie viel Schaden du kriegst. Warte mal... Mh... Ja, das ist ordentlich. Mein Schwert macht nur 1,5 Angriffsschaden. 0,5? Meins... Meins... Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ich geh mal kurz ins Wasser, weil ich brenne. Und das zieht mir in der Rüstung immer noch Schaden ab. Hallo. Kein Problem. So, jetzt aber mal langsam neue Gegend. Glaubst du? Nein. Gar nicht. Überhaupt nicht. So. Die Frage ist, wo begeben wir uns hin? Ja. Geh vor allem? Habe ich alles mit? Was? Ja. Du 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 du! Ey Team. Ey, ich muss den Kampf wirklich mit epischer Musik unterlegen, er. Ist echt so. Und mit Hard Rock... Burn to the sun sun! Burn burn to the sun sun! Also fünf Jahre. ach Hachstukes so cool wir sind voll geg Accords und Drogen und kurs und math du das jetzt vielleicht für fünfjährige Müll übertrieben ne aber warum denn hier schon wieder so viele Schweine Steaks? ne Jugend bist du überhaupt noch? ja ich geb von heute ne oh geile Drogen die haben scheiß die drohen, Haze. Wisst ihr, liebe Kinder, Kinder haben nicht was, was überhaupt ist. Nein, du wißt es nicht, aber... Drogen machen impotent. Echt jetzt? Echt jetzt. Nee, weiß nicht. Ich sagte erst gerade zum Spaß. Ich habe gerade große Lust. Habt die Angst um dein Leben zu tun. Ach so, wenn. Gut Grammatik ich besitze. Wie Grammatik du gebesitzt, was? Ich auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall? Was? Boah, leider. Ist hier eine Wüste? Nein. Doch ein kleiner Teil. Ach, Lava. Entschuldigung, da muss ich kurz... Da ist nur noch ein verschissener Kakteen. Ja, ja. Ein netter Strand, nicht. Der scheiß den ganzen Strand dazu, dass da so riesiges Güllloch ist. Und wenn du... Wenn man diese Städte mit der Flugmaschine... Lade ihre scheiße überall ab. Mann, Mann, Mann. Kommt, du bekommst nicht... Na, 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 na. Na, na, na. Na, na. Na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Ja, na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Der hat dir das unterstütz. Dann geht das. Ja, gut, das andere schießt aber die VHS-K booming rein. Was ist denn? Schied so das an den, äh, den Skarteanschluss? Fernseher und dann drückst einfach Record. Da waren die aber sehr viel steueranfälliger, ne? Die Alexander. Äh, gut, klar. Und wie so bleibt es so schief? Achso. Jetztiernoach. Ja, klar. Ja, oder diese Schlieren? Oder dieses Schneewimmelbild, ne? Ja, wie sagt man so schön, es schneit im Weltall. Schneit im Weltall. Boah, nicht BAK! Schon erst gewesen, hättest du Nachtsichtgerät auf gehabt. Ja, Beuth, die hab dich grad aus den Augen verloren. Überall nur Wasser! Oh, ich hab Durst, aber jetzt mal einen Schluck Wasser haben. Das für unten ist alles am Salzwasser, für Spaß. Woja? Wir kennen auch Stranded Deep, dass es keine gute Idee ist. Äh, gut. Ja, Stranded Deep könnte ich auch mal wieder zocken. Ah ne, erst wenn sich da mal die Entwickler mal einig werden, ob sie bugfrei oder nicht bugfrei raushauen. Ja, vielleicht ist schon nichts bugfrei. Meinst du? Ja, keine Ahnung, ich hab's seit Monaten nicht mal angerührt. Seit Monaten der letzten Videos, vielleicht gab es mal einen Monat her. Hast du schon mehrere Monate? Äh... Ja, warte mal, das kann ich schon mehrere Monate sein, ich hab keine Ahnung. Ja, es ist... Hallo, Ölquelle. Hallo, Herr Reinhardt. Hallo, Herr Reinhardt. So, man konnte sich Chunk bilden lassen. Hey, hey. Alter, jetzt nur mehr! Füßt du grad per Karte? Ja. Da kommt meine Insel. Ich konnte die Insel, die Insel mit Verbergen und Schienen der Verkehr. Hä? 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 Was ist denn das hier für Klackpumpsinseln? Oh Gott. Hä? Das kann's ja keiner sehen. Kommst du? Na, warte. Na, warte, ich bin grad auf der Insel. Muss grad mit Karte die Chunk generieren lassen. Äh, da kann ich mal mit drüben. Zeitüberschreitung. Ja gut, Leute, das... Ich mag's, um sauer zu fliegen. Ja gut, Leute, das... Ja gut, Leute, dann war's das erstmal von dieser Folge. Ja, ich mach jetzt erstmal ein Aufnahmepäuschen beim Minecraft-Sparker drum, das ist ein gutes Zeichen, um zu sagen. Was soll ich denn jetzt? Oh mein... Ins Gesicht krümeln! Äh, warte kurz. Tschüss! Bis... Tschüss! Bis da... Ah! Tschüss! Ah!